Neu bei Burgbad ist EQ, ein Produkt im Preiseinstiegsbereich mit ausgewählten Oberflächen mit einer verkürzten Lieferzeit. Sie erhalten das Produkt innerhalb von zwei bis vier Tagen ab Werk geliefert. Bei EQ können Sie zwischen drei unterschiedlichen Waschtischmaterialien wählen, zwischen Keramik, Mineralguss und Glas, als auch verschiedensten Spiegelschrank- und Spiegellösungen. Des Weiteren gibt es noch Ergänzungsschränke, wie hier zu sehen den Halbhochschrank, als auch offene Elemente, mit denen Sie Ihr Bad ganz individuell gestalten können. Optional gibt es noch die Waschtisch-Unterschrankbeleuchtung, die dimmbar ist, aber die auch gleichzeitig funktional ist. Das heißt, sie leuchtet die komplette Schublade aus, die über eine Inneneinteilung funktioniert. Das heißt, die kleinen Utensilen können optimal in der Schublade verstaut werden. Die sanft fließenden Übergänge des Glaswaschtisches wurden durch ein entsprechend gewähltes Design besonders hervorgehoben. Darüber hinaus hat der Waschtisch-Unterschrank eine Ein-Drittel-, Zweidrittel-Aufteilung. Das heißt, in der oberen Schublade haben Sie den Stauraum für kleine Accessoires. Die untere Schublade durch die erhöhte Front bietet den Stauraum für große Flaschen. Das Waschtischmaterial Mineralguss ermöglicht uns gestalterisch viele Möglichkeiten, beispielsweise durch eine klare Linienführung. Ausgeprägt in unserem Beispiel hier durch einen sehr, sehr kleinen Radius. Des Weiteren ist der Mineralgusswaschtisch ab sofort in einer härteren Ausführung erhältlich. Auch das Thema Funktion haben wir bei der Entwicklung der Spiegel berücksichtigt. Hier beispielsweise zu sehen bei einer Acrylablage, die den Accessoires im Badezimmer genug Stauraum bietet. Beispielsweise ein Vergrößerungsspiegel, unten drei kleine Häkchen, die es ermöglicht, kleine Gegenstände aufzuhängen, eine Steckdose als auch ein Föhnhalter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017